So, Johoi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Und zwar die Jonglieren Challenge 2.0. Genau, wir machen jetzt einfach beide einen Versuch, wer es öfter schafft zu jonglieren. Und dann gibt es wieder eine Bestrafung Leute und die wird richtig widerlich wieder. Ja genau, und dann sind wir uns beim Jonglieren wieder würde ich sagen. Genau. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, Servus Leute, wir sind jetzt mit der Challenge fertig und jetzt kommt die Bestrafung für Dani und zwar haben wir uns was Gutes überlegt, ich mixe ihn jetzt in Getränk zusammen, hier könnt ihr schon mal schauen, da sind schon ein paar Sachen draußen. Und er darf es dann trinken, das wird noch nicht so lecker. Genau Leute, und wir filmen jetzt hier mit dem Handy, weil die GoPro, die verkackte Scheiße, hat sich irgendwie aufgehängt und da mal bei der den Akku nicht rausnehmen kann. Ja, können wir jetzt mit der nicht mehr filmen Alter, auch geil. Genau, Sandro sucht jetzt noch was Schönes. Genau. Hier haben wir einmal Mayo, hier haben wir Ketchup, hier haben wir Milch und hier hinten haben wir einmal Ziton und hier haben wir Sahne von der Schoko. Und hier haben wir noch ein bisschen Kava und ein bisschen Honig Leute. So, dann fangen wir mal an mit dem Spaß, oder? Genau, jetzt haue ich mal eins nach dem anderen rein. So, dann fangen wir mal an mit dem Ketchup und Senf an. Jetzt ist es nicht mehr so schlecht, aber... Nee, also ich hasse ich. Also Ziton mischt. Okay. So, dann fangen wir mal rein. ... Boah! 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 Junge! Boah! Bäh! Oh Scheiße! Boah, fuck! Fuck. Scheiße, du armen. Ich glaube, ich kotz, Mann. So schaut's dir ganz lecker aus, irgendwie kotz. Oh, so schön cremig, oder? Ich würde sagen, das reicht. Oder? Ja. Danke. Noch ein bisschen Eisbeziehung, dass du es ein bisschen lecker hast. Wenn du leckerer hast, ist das sowieso schon lecker. So Leute, der Dani wird jetzt einen leckeren Shake da trinken. Also dieses Scheiß, dass wir den Zamm gemixt haben, beziehungsweise ich. Genau. Und ja, let's go, Mann. Hast du mich drauf, oder? So, es geht los, Leute. Mach mal. Erst mal seine Sahne auslecken. Das schaut ja noch ganz lecker aus und schmeckt bestimmt auch ganz lecker. Kommt der vorweg. Wer kommt da? Alter, das steht, Mann. Jetzt, Leute, jetzt geht's ab. Alter, warte, ich finde noch was okay. Boah, Alter. Weiter. Boah. Alter, da kriegst du gleich voll Gänsehaut, Mann. Alter, ohne Scheiß, Mann. Der Sand und das Ketchup und... Boah. Alter, und Mario mit dazu noch. Boah. Fuck. Das ist ein Schoko. Boah, das... Boah. Riecht jetzt auch da, Alter. Ich hab wahrscheinlich voll Schokomund, Alter. Nee. Nee, eigentlich grad nicht, Mann. Boah. Jetzt weiter, kommt noch ein saftiges, großes Schlückchen. Wenn du groß und stark wirst. Okay. Alter, da wird hier 100 Likes drauf, Alter. Eine Million Likes, Mann. Eine Million Likes, Alter, eine Million. Und... Schön runter Schlucken. Hahaha. Alter, das geht nicht runter Schlucken. Haha, weg. Boah. Nee, Alter. Boah. Oh, fuck. Ah, fuck. Wie will ich, Mann. Oh, wir schauen mal ein Schluck. Nee. Boah. 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 Fuck, Alter. Leute, das ist richtig widerlich, Mann. Nee, Alter, ich bin kein Schluck mehr, Alter. Das ist richtig. Der Kotze, der Kotze, der Kotze. Ihr habt echt gekotzt. Ohne Leute. Ich glaub's dir. Man hat's ja angesehen. So, Leute. Also, ich hab jetzt die Scheiße getrunken da. Oder... Ja. So ein bisschen halt. Habt ihr ja gesehen. Und wir haben das ja mit dem Handy aufgenommen. Habe ich ja vorher gesagt. Und jetzt geht die Kopfschuhe auf einmal wieder. Super. Jetzt hab ich ja alles ausgespült und so. Und jetzt passt der Scheiße. Ja, aber... Und ja. Lasst uns mal einen Daumen nach oben da für das Video. Für so eine eklige Scheiße, was ich da getrunken hab. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Der Haut rein. Und... Bis dann. Bis dann! Vielen Dank.